Guck mal, hier. Oh, hier toll, ne? Alles für dich, Jigli. Guck mal, was da im Körbchen ist für dich. Da. Da. Da ist ein Geschenk für dich in den Körbchen. Guck mal rein da. Warte mal, warte. Da, guck mal, da rein wirst, was da drin ist. Mein Zitzen. Oh, toll. Oh, frisst du dich? Ist die schön, die Puppe? Ja. Ja, ne? Die ist von Oma Hamm. Die heißt Ingrid, die Puppe. Die wohnt jetzt bei dir. Ist das schön. Toll. Und Oma Hamm hat noch ein Jäckchen gestrickt, damit die nicht frieren muss. Guck mal, ein Jäckchen hat sie gestrickt. Tante Petra war noch ganz fleißig dabei. Auch schick, ne? Mhm. Oh, die hat Arme. Ja. Mhm. Oh, die ist aber so süßig. Ja, das ist ja ein Puppenbaby. Da ist das so. Oh, guck mal, deine Decke ist auch dabei. Oh, freust du dich? Dein Püppchen, ne? Freust du dich? Ja? Guck mal, Oma, haben wir auch gleich ein Bettchen dazu geschickt. Ein Körbchen.